Hochwertige Gewebe, trendige Designs und aktuelle Farben sind die Grundzutaten für Hemden und Blusen von hervorragender Qualität. Innovative Gewebe, die langlebig und damit nachhaltig sind, produziert mit Schweizer Zuverlässigkeit. Genauer gesagt in Appenzell. Diese Werte spiegeln sich in den Produkten und Dienstleistungen der Weber Weberei Appenzell AG, eines Unternehmens der traditionsreichen Schweizer Alba-Gruppe. Unser wichtigster Rohstoff ist die Baumwolle, die wir von ausgesuchten Anbaugebieten in Ägypten und den USA beziehen. Hier wächst die Baumwolle mit den längsten Fasern, denn nur die beste Qualität ist uns gut genug. Nur 3% der jährlichen Baumwollernte erfüllen unsere hohen Anforderungen. Wir haben 20 verschiedene Garnsortimente, jeweils in mehr als 180 Farben, ständig vorrätig. Das sind 3600 Variationen. Dementsprechend groß ist unser Garnlager. Unser internationales Designerteam entwirft exklusive Muster für die saisonalen Kollektionen. Eine echte Herausforderung. Aus dem Zusammenspiel von Design und Funktion entstehen Stoffe, die internationale Trends setzen. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen individuelle Kreationen für die führenden Modelabels dieser Welt. Mit unserer Leidenschaft und State-of-the-Art-Technologie wollen wir für unsere Kunden Stoffe erschaffen, die sie begeistern. In dem ersten Produktionsschritt werden in der Schererei die sogenannten Kettbäume erstellt. Dabei werden auf große Rollen die Muster in Längsrichtung angeordnet. Trotz modernster Maschinen, Handarbeit ist hier nach wie vor gefragt. Um die Laufeigenschaften der Garne für den nachfolgenden Webprozess zu verbessern, werden sie in der Schlichterei speziell vorbehandelt. Die Konstruktion des Gewebes entsteht über das Heben und Senken der einzelnen Garne. Diese müssen nun in Position gebracht werden. Das erfordert höchste Präzision. Im modernen Websaal werden rund um die Uhr hochwertige Gewebe aus feinster Baumwolle, Tencel oder Leinen produziert. Weber ist der Spezialist für feinfädige Wrinkle-Free-Gewebe. Top-Qualität kann nur mit den besten Materialien und mit modernsten Fabrikationsmethoden gewährleistet werden. Unser textiles Know-how ist der Grundstein für exklusive Gewebe. Erfahrene Fachleute garantieren kontinuierliche, beste Qualität. Dafür stehen auch unsere Qualitätskontrolleurinnen. Ihnen entgeht nichts. Sie wachen darüber, dass wir die Qualitätsstandards unserer Kunden stets einhalten. Die Stoffe werden nun veredelt. Je nach Anforderungen an den Tragekomfort und den technischen Vorgaben durchlaufen die Gewebe eine Vielzahl von Veredelungsschritten. Dabei achten wir besonders darauf, dass die höchsten Standards für Ökologie und Nachhaltigkeit eingehalten werden. Jetzt stehen die Stoffe zur weiteren Verarbeitung in den Hemden- und Blusenkonfektionsstätten unserer internationalen Kunden bereit. Wir sind stolz darauf, mit unseren Stoffen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg führender Modemarken leisten zu dürfen. Profundes Know-how, Erfahrung, Teamwork, vor allem aber die Passion und die Liebe zum Textilen. Das verbindet uns. Weber Swiss Identity Fabrics Ihr Schweizer Partner für innovative Gewebe, für Hemden und Blusen.